Was schaffe, tu mal trinke, schaffe mal nix, dann trinke mal auch. Gäber, wird nicht reich, Juhei, denn er verjubelt alles gleich. Gevatter, mir brauchen Letter für Obergeschuhe. Es heißt, das beste Rinderletter hättest du. Ja, für Fies, so groß wie Kohlekäste, nicht so teuer, aber das beste. Was kostet noch ein Stückchen Letter für das Schä? Sie ist ohne Macke, wie ich sehe. Herr Abmann, er sagt, 17 Schilling Penning soll es kosten. Es ist billig, ich meine, wir nehmen den Posten. Oh, item, 17 Schilling Penning. Und Letter für Obergeschuhe kauft ich auf St. Michelsberg, das half mir Käufen, Friedrich Schumann von Bocken, am Michelsdach, 1417. Let's see. Let's see. Let's see.